ich bin zu blöd ich rede auch viel zu wenig habe an den letzten paar viel mehr geredet momentchen mal was passiert eigentlich einfach nicht genau nur nervige misst fücher Muss ich nicht verstehen. Okay. Lass mich da rauf. No, dass sie nicht mal locker bleiben können. Kannst du mir das Ding da nicht holen. Verstehe ich jetzt nicht. Lol. Ja, ich bin einfach zu blöd, das zu kopieren. Weiter. Hm. Ein Halogenstrahler. Bumm. Stabiles Ding. Muss man... Ist das jetzt ein... richtiger Bug oder was soll das sein? Weiß ich jetzt nicht. Das sieht für mich richtig nach einem echten Bug aus. Vielleicht ist es auch kein Bug. Immer diese Leute, die mich ansprechen, obwohl ich sie nicht kenne. Halt die Fresse. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Zulberg. Nee. Das ist nicht so, Demasi. Du hast noch nicht verletzt. Du musst aufzuhricene youst. Und zurück nach dem Land von Leben. Du musst zu kämpfen mit den Gehleidern. Okay. Was zum... Schnauze! Ah! Ähm... Ne, würde ich jetzt tot bezeichnen. Nur so... ... 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 zu dem, wie ich sonst im Play momentan grottern schlecht bin. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Einfach nur so? Zufällig? Dass ich grottenschlecht im Vergleich bin? Hä? Organische Bedrohung entdeckt. Schwere Waffen autorisiert. Okay. Ich habe da was aktiviert. Aha. Aha. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Seltsam, kann aber nützlich sein. Das stimmt. Aha. Halt die Fresse. Halt mal diese Idioten. Komische Dinge. Einfach nur komisch. Aber bis hierhin kenne ich das, ehrlich gesagt, alles nicht mehr. Jetzt lassen wir es mal krachen. Das war grob. Das war einfach nur grob. Also wirklich grob. Saugen. Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Muss ich die passende Waffe dafür wählen? Lüdy ist voll. Ha. Hui. Je. Das kann wirklich nichts Gutes sein. Das kann wirklich nichts Gutes sein. ja diese kopfschmerzen sehr unangenehm das war ein volltreffer ja